Dringende Neuigkeiten, brisanter Skandal aufgedeckt. Festhalten. Gerade ist ein gigantischer Skandal ausgebrochen, der von Burg und Habeck aufgedeckt wurde und die politische Szene erschüttert. Aber abonnieren Sie zuerst unseren Kanal. Selbst die Wähler der Grünen sind so schockiert, dass viele die Partei insgesamt ablehnen. Es ist ein Milliardenverlust, schlimmer als alles, was wir in letzter Zeit von Frau Baerbock gehört haben. Es ist ein harter Schlag und wir müssen diese Nachricht schnell überall verbreiten. Sogar die Wähler der Grünen erkennen, dass die Strategien der Partei nicht so gut für die Umwelt sind, wie sie einst schienen. Diesmal geht es nicht um die Schließung von Atomkraftwerken oder Gasterminals, sondern um einen ganz anderen Skandal. Selbst Radwegprojekte in Peru und die Kosten für Maskenbildner sind mit dieser neuen Katastrophe nicht zu vergleichen. Frau Baerbock hat kostspielige Fehler gemacht. Und die meisten Bundesbürger haben dies bereits erkannt. Die Flüge von Frau Baerbock nach Fidji, in die Mongolei und an andere Orte kosten 100.000 Euro. Welchen Zweck haben so viele Staatsbesuche? Bevor wir uns mit dem Skandal befassen, sagen Sie mir. Glauben Sie, dass die Grünen bei der nächsten großen Wahl eine Chance haben werden? Bekommen Sie einen Sitz im Bundestag? Es scheint, dass die grünen Politiker so sehr in ihrer Ideologie gefangen sind, dass sie nicht mehr auf Ratschläge hören. Bei den letzten Europawahlen haben mehr als 42 Prozent der Wähler die Grünen verlassen. Dank der Verbreitung solcher Videos können wir den Menschen zeigen, was die Grünen wirklich tun. Bevor wir über den Skandal sprechen, schauen Sie sich diese Grafik an? Mehr als zwei Drittel der Deutschen wollen die Entwicklungshilfe kürzen. Und warum nicht dieses Geld in Deutschland anlegen, anstatt es im Ausland zu verteilen? Deutschland steckt in der Rezession, während China und Indien weiter wachsen. Und Millionen unserer Steuern fließen in die Hilfe dieser Länder. Kürzlich stellte sich heraus, dass diese Umweltmaßnahmen in China möglicherweise Schäden in Milliardenhöhe verursacht haben. Ein riesiger Betrugsskandal ist aufgedeckt. Die Bundesregierung verschwendet Milliarden für gefälschte CO2-Zertifikate. Wenn Sie CO2 produzieren wollen, müssen Sie für diese Zertifikate bezahlen. Aber wir haben festgestellt, dass viele dieser Zertifikate gefälscht sind. Das Umweltbundesamt ist in einen riesigen Betrug geraten. Und wissen Sie, was schlimmer ist? Sie überprüften nicht, ob die Projekte tatsächlich durchgeführt wurden. Und du, was denkst du über das alles? Sollen wir weiterhin Steuergelder ins Ausland schicken oder mehr in Deutschland investieren? Teilen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren mit und abonnieren Sie unseren Kanal, wenn Sie weitere Informationen wünschen. Gemeinsam werden wir die Ermittlungen fortsetzen und die Wahrheit ans Licht bringen.